Willkommen zurück, YouTube! Wir öffnen dieses Blobbelding da und... Wir feuchten Dinge. Ja. Okay. Achtung, weg da, glaube ich. Okay. Ihhh. 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 Oh, no. No, Joy. Maybe we're too late. Cody, wait. Be careful. You're alive. It's okay. We're here to help. It's Cody. You remember me? Joy ist schlecht drauf. Oh. Okay. Oh. Du bist die Tomate. Äh. Mhhh. You look juicy. Will you focus? What? Why? Willi? Ah, ich kann so gegen die Tomate. Ah. Ich kann so gegen die Tomate auch. Ah. Hä? Nee. Ich krieg Schaden in die Orangenstelle. Ich kann die Großen nicht machen. Ich glaube, ich kann die in dem lila Zeug auch nicht... Du musst das lila Zeug wegmachen! Ja! Warte mal! Mit Wasser! Ja, sonst kann ich die auch nicht flitzen. Und... Okay, du bist einfach nur da, um sauber zu machen und ich töte die. Ich putze. Ich glaube, alles lila muss weg. Oh, hier. Achtung, hier ist... kannst du hier... Ah ja, hier ist so. Oh, ich bin... Ich bin keine Tomate mehr. Okay. Jetzt wirst du was. What? Okay, jetzt kannst du... Kannst... hauen, hauen, hauen. Alter, mein Triggerfinger! Okay. Der Kopf noch. Ja. Mal oder was? Äh... Ähm... Good job, May! We can't rest yet! There's something brewing out of her! I see you! 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 Joy! We've come to save you! Please stop! Oh, ist das wieder so ein Ausweich-Ding? Ja. Hm, ist es. Oh! Ich bin genau reingerannt. Ich bin genau reingerannt. Woop! Ja, klar! Scheibenhonig. Oh, warte, das war knapp. Okay. Ich glaube, jetzt darfst du wieder rein, oder? Jetzt werde ich den Kartoffeln teilen. Ja, gut. Ich bin genau reingerannt. Kannst du mich nass machen? Nee. Du musst wieder sauber machen. Okay. Du musst wieder rein! Ich bin genau reingernt! Ja! Warte! Nachricht! É! Ich geh langsam kaputt. Okay, Kartoffel ist kaputt. Jetzt darfst du wieder rein. Jetzt ist der Kopf dran. Ja. Ich hab ja aber wieder die Kleinen noch. Ich mach das mal. Nee, die rechte Hand. Äh, linke Hand. Kannst du hochkommen dann auf der Hand? Doch, kannst du. Doch. Ja, okay. Jetzt der Kopf. Oder der... Nee, Hals drücken. Meine Güte, ey. Oh, nee. Okay. Wieder so ein Ausweich-Din bestimmt, oder? Oh, Bomben. Ja, ausweichen. Die speist mit... Was ist das? Teller. Noch nicht. Auf die Teller. Oh Gott, was ist jetzt? Oh. Oh. Äh. Holy. Bei mir ist es, ey. Okay. 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 Ich bin schon mal gefallen. Ich bin beim Leben. Oha, äh. Ich bin schon wieder rippt. Alter, wieso springe ich denn daneben? Alles gut. Diese Slowmotion, ey. Jetzt werde ich... Das ist der, oder? Die Mette? Ja. Oh Mann, ey, was ist so doof, Aul? Warte, ich mach die Kleinen, können wir die Großen mitmachen? Nee, ich mach automatisch die Kleinen mit. Oh, hier bist du. Oh. Ich war gerade auf der anderen Seite. Ich war ja die Mette in Ruhe. Okay, die Fliegedinger musst du machen. Kannst du mir hier einen Weg machen? Oh, oh. Ich muss mal schnell die anderen alle machen. Ich hab zu viel. Ja. Ja. Aua. Okay. Scheiße. Dallerhaft. Okay. Hier drüben noch. Das große Ding. Das ist auch ein Fliegeding. Okay, jetzt der Kopf, oder? Ja, oh, jetzt der Kopf. Das ist es. Ich habe die Fliegeding. Ich habe die Fliegeding. Bitte, Joy. Ich werde uns das machen. Wir sind fast da. Ich habe die Fliegeding. Und wir werden es ausfüllen? Was für alle? Ich habe die Fliegeding. Das ist... Wow. Es ist schön. Es ist wirklich. Joy! Are you okay? Ich bin jetzt. Danke. Oh, don't thank me. I should have taken care of you. I'm sorry. No, I'm sorry. I didn't understand how important it was for Cody. I do now. That's good. But it's not your fault Cody gave up on being a partner. But aren't partners supposed to encourage each other? How was I supposed to keep going if she didn't believe in me? No one can take your dream from you unless you give it up. It's all up to you. Will you give it up again? 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 Hallo! Das wird den Vater glücklich machen. Er liebt flowers. Lettter piece numero three. And now, how do you find your purpose in life? Through passion. Passion? Again? Da-da-da-da, that was Cody's passion. Now it's time to find yours. Mine? I don't have one. Everyone has a passion for something. She does, yeah, singing. Oh, come on, Cody. What? I miss hearing you sing. It was nice. I don't know why you don't do it anymore. I grew up. You can't pay the bills with singing. That doesn't mean you have to give it up. Cody's right. When you give up your passion, you give up part of yourself. Meg, it's time for you to find it again. Come on, get ready to find the last piece of the letter. Ah! Those little dogs sing. What a mess. Yeah, we really need to clean up our attic. That's good. Mm-hmm. Hey! You recognize this suitcase? Huh? Oh, I don't like where this is going. Ha! Daddy! Old school, baby! Oh, ho, ho! Welcome to the concert hall. Meg, it's time to sing! Oh, no, no, no. I can't sing. I haven't done it for years. Come on, Meg. He won't give us the last letter piece unless you sing. You just get up on that stage and you show him what you've got. That's not a stage. It's my old record player. You're right. But you two will turn it into a proper stage. We need lights, speakers, microphones. Look, I'm not going to sing a single note. Woo! Yes, you will. Yeah! No! Woo! Will you turn that off, you stupid? Mae! Mae, you sound great! It sure does, Cody. And you will help her find her voice again. Dabba! Whoa! Whoa! Nice! Yeah! Now, go and buy some speakers, lights, and mics! Woohoo! Hey, Mae. Still got it. Hmm. Okay. Okay. Let's prep the stage. Oh, I wish we didn't have to. It'll be fine, Mae. You have a great voice. Not anymore. I won't sing and make a fool of myself. Just relax. I'm your greatest fan, remember? Ages ago. Yes. Now, not so sure. Don't worry. I promise not to laugh. Thank you, Cody. Very encouraging. Oh, hey! Let's see if this still works. Oh, hey! Let's see if this still works. All right. Hiddy up, girl. Woo! Just like how I remember. Oh, I'm a bit out of tune, though. Oh, is this thing still here? Oh. Oh, I've got a need for losing. Yeah, I know. Ich bin grüß, oder? Ich bin, okay, ich bin blau. Okay. Okay, you won. Okay, you won. Warte, das müssen wir nochmal machen. Ich bin... Don't blink, or you'll miss me winning. Ich hab das als Kind gehasst. Mm-hmm. Mein Bruder und seine Freunde stundenlang, gell? Mit allen möglichen Autos. Aber da hat's da auch so Drücke wie jetzt hier am Controller. Ja. Ich bin ein bisschen langer da, Mae. Häh, warum hat sie mich wieder raufgesetzt und bei dir erst abgebrochen? Ich versehe nicht, dass ich auf Abbrechen gedrückt habe. So. Gut. So. Hier geht's noch hoch. Hä? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Was ist? Oh, einer kann in den Mixer und der andere kann anschalten. Hä? Hä? Du? Okay, da lief noch. Entschuldigung, Fisch, aber... Fisch wieder aus! Ich mach' den extra an. Äh, ganz ehrlich. Schön war das nicht. Schalter erinnert mich an den Anfang. Ja. Das war das erste, was wir zusammen gemacht haben. Den Schalter. Oh. So, aber bei The Voice? Hast du Spieler grad geleckt? Sorry, YouTube. Bei mir auch. Es ist halt ein Online-Spiel, da muss man sich bewusst sein, ne? Das ist halt, wenn's halt zwischendurch mal leckt oder so. Ich meine, ich finde, wir sind bis jetzt sehr gut durchgekommen, was das betrifft. Ja. Warte mal. Oh, okay. Nee, warte, warte. Warte, jetzt. Okay. Was will ich das reparieren, irgendwie? Ah. Oh, das Level gefällt mir jetzt schon. Wird das so cool mit dem Singen. Du musst singen, glaub' ich. Also, ich dachte, ich muss mich da drauf stellen. Oh. Oh. Nein. Äh? Ist doch gedrückt? Muss ich hier vielleicht warten? Nee. Muss der mit? Nee, wir mussten mitgehen. Äh? Ich hab doch gedrückt! Ja, du hast unten die Leiste... Warte, warte, warte. Noch nicht so früh singen. Die Leiste geht leer. Ah. Okay. 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 Da. Ja, klar. Oh nein. Gut, dass du drüben bist. Ah, warte. Sehr gut. Das ist gar nicht so leicht zu drücken. Und dann gleichzeitig noch zu springen und alles. ist das... Jukebox? Da ist ein Mikro. Ja, und dann? Warte, dann musst du... Warte, du musst reinsingen und ich flieg bestimmt hoch. Nee. Da muss ich auch mit singen? Nee. Ah. Ah. Okay. Da unten ist noch ein Mikro. Du musst irgendwie mit hierher. Ich guck grad hier drüben. Hier oder? Ja, da ist er mal hergekommen, ne? Ja. Da ist er mal hergekommen, ne? Ah, warte. Dann können wir uns hier drüben auch gleich beide draufstellen wahrscheinlich. Ja. Ja. Äh. Äh. Was? Hä? Woher hin? Ich hab keinen Plan. Der Knopf. Der Knopf. Oh Gott. Holy. Ey. Meinst du, wir müssen die reinbringen? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall. Es steht da ein bisschen drin. Äh. Okay. Boah, was für schöne Musik. Oh, die Musik. Ja. Ich hoffe, es gibt im Stream keine Probleme damit. Ich hoffe, es gibt im Stream keine Probleme damit. Ja, gut. Beim VOD ist eh aus. Wow. Wo müssen wir denn hin? Wie hoch? Oh, die Musik gefällt mir. Ja. Oh. Oh. Ich bin irgendwie hier. Oh. So. Hä? So. Ha. Okay. Du musst bestimmt da auf die andere Seite, oder? Komm, hier geht's. Ich hab' einen Lautsprecher. Okay. Jetzt muss ich hier rein, die wird rein singen. Ja, und ich muss hier auf die Dinger zielen? Warte mal. Komm mal. Ah, ich muss mir den Weg freischießen. Sei mal rum. Okay, jetzt muss ich den Regler hier hoch. Warte. Warte mal. Du musst, glaub ich, dann richtig singen, oder? Ah, du musst den Lautsprecher... Richtung Mikro drehen. Ja, gell? Also, ich muss das nicht singen. Aber dann rückkoppelst du doch. Nee, mach mal, ha. Oh, nein. Wow, 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 wow. Good work. Both of you, you've earned the speakers. Great. Now you can let us out of here. Not yet. Keep on going. You're still missing the mics and lines. Ich kann mit meinem Schild genau muss hinter mir dann lang Danke für den Tipp, May Oh, warte Was muss ich hier auf dem Ding machen? Du schiebst das Ding hin und her Oh, du musst jetzt nach B Sprich mal nach B Oh, nee, wir müssen introvertiert denken Also D Weißt du halt nicht, muss ich auf die andere Seite oder? Wahrscheinlich Dreh dich mal bitte, ich seh dich Nee, wir müssen rechts jetzt und links Warte, ich Jetzt brauchen wir nochmal B Wo möchtest du lang? A oder C? Sprich mal in A Komm mal Jetzt müssen wir ein bisschen vor Also D Jetzt wieder A Wenn die die nicht näher zusammenstellen können D D D Ja, nochmal Und dann D Hier Noch mal Okay Ich bin drüben ein hebel das wir haben wieder anfangs hebel oh wie cool und hier kannst du was machen aber ich muss mit obendrauf hier ist wieder so ein ding was ein cooles level ja hier müssen wir hoch aufs keyboard dieses level wir müssen die kassetten rein machen okay das habe ich jetzt irgendwie gerade überhaupt nicht gerafft aber egal ist doch schon wieder warum ich muss es steuern wie es aussieht rot und blau okay also du brauchst blau zuerst warte mal mal Gehörn zellen. Warte, warte. Okay, warte, warte. Komm mal drauf. Okay. Nee, blau. Warte, warte. So, rot erst. Warte, warte. Warte, Vorsicht. Okay, warte. Okay, blau. Und jetzt musst du nur noch herüber. Das muss ich machen. Regler drehen. Andere Richtung. Ah, okay, oder? Woher? Äh, aber... Au, okay. Ich bekam eine Welle. Aber ich komme doch nicht näher. Doch, ich komme näher an dich ran. Ah, warte, warte, warte. Nee, das ist falsch rum. So. Du musst jetzt weiter rüber laufen auf blau. Nee, nach rechts. Oh, das ist... Uh. Jetzt kommt dir... In die falsche Richtung. Oh Gott. Okay, weiter rüber komme ich mit rot nicht. Aber du müsstest rot runter machen, sonst komme ich nicht hoch. Ja, warte. Geht das? Okay. Oh, 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 oh. Geh lieber hoch ein Stück wegen der Welle. Oh Gott, ich bin total verwirrt. Warte. Ja, warte. Was ist das? Was ist das? Warte. Oh, wow. Warte, ich glaube, das... Jetzt? Aber warte, genau. Ich muss dann hier oben drauf. Eieieiei. Wiese Level, ne? Ja. Oh, die Zeit. Was? Was, Zeit? Guck mal, wie lange wir aufhören. Oh, wir haben... Wir haben leicht übertrieben. Okay, YouTube. Macht's gut, YouTube. Bis bald, YouTube. Bis bald, YouTube. Bye, bye. Wir wollten euch nur noch dieses... Dieses wunderschöne Jump'n'Run-Level zu Ende zeigen. Also, macht's gut. Tschüss. Tschuhu.